herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge hier auf der karte montüre heute wird noch säge weg beliefert und ich werde aktuell die gerätschaften wegstellen und koppelkämpfung ist fertig bist du noch im wald ich habe die ganzen stumpfen weg gemacht und jetzt werde ich noch ein bisschen holz fällen oh viel holz schönes gerades holz für dich fällen ja also ich brauche auch noch 50 balken ungefähr irgendwann aktuell habe ich noch genug daher kommen das ist gut hat mal die aktuelle kommt zum sägeweg arbeit kommen habe ich noch genug holz aber jetzt fragt man hin mach mal klar geht ja nicht hier da wo die meldung kommt hier dass hier nicht gearbeitet werden kann geht nicht ja düngen muss hier und das läuft jetzt nebenbei bis sich die zwei bei laufen gefahren haben ja wenn die kurze sonderverfahren lässt dann ist die gefahr nicht da weil die prinzip erkennen sich dann entsprechend dann aus also stehen bleibt prinzip normalerweise aber wenn du jetzt das nicht hast das gefährlich so mal gleich mal die balken ran schieben richtung und trigger richtung groß schwerer dabei will Aber der quält sich ran an der Ecke mit seiner Pflegebreifung. Er nimmt nichts an und den einen wir noch in den Rand schieben, damit wir ihn gut rangieren können. Er nimmt nichts an der Ecke mit seiner Pflegebreifung. So, wir sind aufgeräumt. Wir müssen gleich mal das Sägewerk, ein paar Lattenwerk klar machen. Muss ich gleich mal schreiben im Forum. Die Träger sind zu tief. So, das läuft schon wieder. Sollen wir gleich die Paletten wegfahren. Sonst meldet er gleich wieder, dass der Platz voll ist. Oh, voll. So. 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 Hat er gerade verkauft, aber nur eine Palette so ungefähr. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020